Schuss zur Führung! Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da hatte er am Ende überhaupt keine Probleme hier das Tor zu machen, Buschi. Nee, viel wichtiger war die Besse vorher. Ecke kommt! Er trifft! Das muss der Ausgleich sein! Kein Tor! Na, da hätten wir oben ein Haar den Ausgleich gehabt. Jetzt vielleicht. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie Sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Also, dass Sie hier so stark aufdrehen, damit hatte ich nicht gedeckt. Aber Sie machen das gut. Jetzt die Gelegenheit! Nicht drehen! Klasse vom Torwart! Jetzt! Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Jetzt vielleicht. Jetzt schießt er! So! Die Führung! Ja, was? Jetzt haben Sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung! Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor! Und jetzt der Schuss! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Der will ja eigentlich helfen und den Ball anfernen. Und dann kommt es anders. Jetzt der Schuss! Der hat er super gehalten!